Ich liebe Blush, ich könnte mich im Blush ertränken. Hello, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gefühlt, Leute, der Sommer hat gestern angefangen. Für mich war, bzw. was heißt Sommer? Ich würde eher so sagen Frühling. Es war warm draußen, es war sonnig, es war einfach schön so, man konnte rausgehen, es war chillig. Und es war einfach der Trailer so von Frühling, Sommer, wisst ihr nicht mehr? Und deswegen, wir können jetzt nicht mehr Fullface-Make-up tragen, was sich ja eh schon so bei mir stört. Also, aber wir können das jetzt nicht mehr machen. Wir brauchen jetzt einen neuen Make-up-Look. Und deswegen, Leute, zeige ich euch jetzt meinen, wie soll ich sagen, Frühling-Daily-Make-up-Routine-Look. Die ist das, alle das, ihr wisst, wie ich meine. Und ja, ich würde sagen, euch das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, dann drückt die Glocke und abonniert mich. Und ja, Leute, los geht's. Ja, ich dachte mir einfach, ich zeige euch das heute, wie ich mich da immer schmink. Und ich habe auch so ein paar neue Produkte und so. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an und zu mit meiner Skincare. Ich hole die mal ganz kurz, Leute. Und zwar benutze ich immer, so, es sind nur drei Sachen. Eigentlich habe ich immer vier benutzt und zwar noch Sonnencreme. Aber die hier habe ich immer benutzt, diese Baby-Sonnencreme, weil ich dachte, das ist ja voll gut eigentlich. Weil das für kleinere Kinder, das ist nicht so stark der Haut gegenüber, wisst ihr euch meinen. Aber ich habe die gestern wieder benutzt und mein Make-up war so cakey, das hat sich so abgerollt. Das war einfach so, ih, deswegen benutze ich die jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich sneak mir irgendwann einfach wieder die von meiner Mutter, die ist von La Roche-Posay. Ich glaube, so heißt die. Weil die ist richtig gut. Aber ja, wir machen jetzt erstmal so. Und als erstes benutze ich dieses Spray hier. Das benutze ich immer auch am Abend, weil das ist einfach richtig gut so gegen. Wir können so ein Tablet nicht so eine gute Haut. Es ist besser geworden, aber hier unten kommt wieder so ein bisschen ein kleiner Ausbruch. Deswegen jetzt erstmal so ein bisschen davon. Und das lasse ich dann so ein bisschen einfach einwirken. Aber das zieht immer relativ schnell ein, deswegen alles gut. Und dann benutze ich von No Cosmetics diesen Toner hier. Ich nutze ihn jetzt. Und der macht wirklich, also ich zum Beispiel habe so richtig trockene Haut. Aber nicht zu trocken. Einfach nur trocken. Und wenn das auf meine Haut kommt, ich spüre das einfach, wie das so richtig so einen frischen Kick gibt. Wisst ihr euch mal? Das ist so cool. Was ist hier? Außer unter meinen Augen und über meinen Augen. Und dann benutze ich die von Ordinary. Die benutze ich schon vor lange. Ich habe mir jetzt wieder eine neue nachgekauft. Warte, ich brauche ein bisschen mehr. Ähm... Ich habe meine Creme hier eben noch. Ähm, weil die... Also ich habe eine Zeit lang so eine von... Wie hieß das? Ich weiß nicht, von so einer Hautärztin benutzt. Die mir die... Nein, nicht Haut... Kosmetikerin, genau. Die hat mir die empfohlen. Und die war auch okay. Aber die von Ordinary ist einfach die beste. Ich will mir auch wieder das Serum holen. Das mit Niacinin. Weil das ist einfach so gut, Leute. Ja, okay. So, jetzt haben wir... Erstmal unsere Base. Erstmal, wir fangen jetzt an mit so ein bisschen Primer. Aber nur so hier und da und hier unten. Ähm, ich benutze mal den hier. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt... Ob der so gut ist. Aber bei mir... Also es fühlt sich schon gut an. Ich benutze ihn aber immer nur hier. Hier. Und... Hier so, wo mein Make-up immer nicht so gut sitzt. Weil ich habe das Gefühl, das riecht wirklich mal aus. Ich wollte mir eigentlich diesen Milk Primer letztens holen. Aber der ist so teuer, Leute. Ich habe ihn mir dann doch nicht geholt. Weil... So, jetzt kommen wir zu meinem Highlight. Oh mein Gott, ich bin immer so rot, nachdem ich meine Skincare gemacht habe. Aber zum Highlight. Okay, warte. Ich habe mir letztens einfach... Leute, den Flawless wird dann geholt von Charlotte Tilbury. Und er ist so, so gut. Ähm, ich liebe ihn. Und ich kann nicht mehr umnehmen. Weil meine Base wird damit so, so gut. Deswegen benutzen wir den jetzt. Also ich auch hier unten. Bisschen. Und dann hier. Und guck mal, dann ist der Applikator schon wieder so fast leer. Also... Ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Er seht, aber... Nutz dann immer hier und auf der Nase. Weil dann hat man so ein bisschen schon so diesen Glow. Und hier. Und Leute, der Charlotte Tilbury Flawless Filter. Weil vielleicht... Also, ich weiß nicht, ob es jetzt jeder weiß. Aber das ist keine Foundation. Also man... Wenn ich davon so viel benutze, das ist nicht so übertrieben krass. So wisst ihr, wie ich meine? Naja, ich mache jetzt auf jeden Fall meinen Beauty-Sponge nass. Und meinen Spray, weil ich bin zu voll, gerade ins Bad zu gehen. Okay. Das ist irgendwie voll komisch. Und jetzt verblende ich das. Und ich weiß nicht... Gleich sieht man den Glow. Weil das ist krass. Seht ihr das? Auf der Kamera, mit der ich mal filme, ist so ein leichter Weichzeichner drauf. Der geht nicht weg. Und... Man sieht da nicht so krass den Glow. Aber ich glaube, man... Doch, man sieht es schon ein bisschen. Ich liebe dieses Geräusch. Oh mein Gott. So, seht ihr auf der Nase dieses Gehighlighted? Gehighlighted? Ja, ich glaube schon. Ich liebe das. Weil das einfach so... Ich sehe einfach so frisch aus. Aber, weil ich das nicht so mag, Loki im ganzen Gesicht zu glänzen. Und weil ich auch so ein bisschen einfach diese Deckkraft brauche. Benutze ich jetzt den Concealer von Catrice. Den True Skin Concealer. Das ist einfach... Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich habe mal eine Zeit, den hier benutzt. Aber der ist richtig schlecht. Der trocknet einfach auf der Haut aus. Und ist einfach eh. Und ja, den benutze ich jetzt. Und bis vor ein paar Tagen habe ich immer jetzt noch meine Foundation drüber gepackt. Aber nicht viel, Leute. Ich benutze jetzt nicht so Full Face Foundation. Aber habe ich immer noch die drüber gepackt von... Too Faced Born This Way. Aber das wäre mir jetzt so einfach zu viel. Deswegen benutze ich jetzt nur Concealer. Und zwar hier unten. Weil das immer so ein bisschen unebenmäßig aussieht. Und dann packe ich das noch so auf meine Pickel. Und unter meine Augen halt, ne? Ja. Okay, so mache ich das immer. Und Leute, zum Beispiel... Also ich gebe euch jetzt zum Beispiel einen Tipp, wie euer Make-up so ebenmäßiger aussieht. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier Pickel habt und die abdeckt mit Concealer, der nicht aussieht wie eure... Zum Beispiel jetzt Flawless Rita-Farbe, ne? Weil also bei mir ist schon ein Unterschied. Man sieht das nicht so krass, aber es ist ein Unterschied. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Pickel abdeckt, dann macht die... Also macht auf der anderen Seite einfach auch so einen kleinen Punkt hin mit Concealer. Auch wenn ihr da nichts habt, das einfach so gleich aussieht. Hier zum Beispiel, ich habe hier Pickel, habe die abgedeckt. Und habe hier aber auch noch Concealer hingemacht. Da ist einfach gleicher aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde, das macht so... Also es macht schon einen Unterschied. Auf jeden Fall, jetzt verblenden wir das mal. Ich verblende erst an meinem Kinn und meine Augenringe. Und zwar immer ebenmäßig verteilen. Also ich gehe erst so hier nach oben. Dann gehe ich hier nach oben mit dem Concealer. Einfach, dass es schön aussieht und gleichmäßig. So hier. Ich muss mal wieder meinen kleinen Spiegel putzen, weil Leute, schaut ihr mal an, man sieht da gar nichts mehr. Und deswegen kann ich mich da drüber auch nicht anschauen. Ich muss mich jetzt immer in meinem großen Spiegel schminken. Das ist schon gut. Ich sehe mich ja auch. Aber ich bin gefühlt eh schon blind und kann nicht wirklich gut sehen von der Weite aus. Und deswegen muss ich immer am Ende nochmal richtig nah an meinen Spiegel gehen, dass ich sehe, ob ich wirklich gut verblendet habe und so. Aber schaut mal, wie gut dieser Concealer ist. Also Leute, hallo. Der ist krass. Jetzt hier die Picke ein bisschen. Und hier auf der anderen Seite, wo ja eigentlich keine Picke sind. Aber sieht ihr das ebenmäßig, gell? Das sieht so viel besser aus, finde ich. So hier. Und jetzt einfach hier oben mache ich so ein bisschen, einfach so verblenden. Und dann, man hat so eine richtig schöne Glowy Base. Und ich liebe es. Ich liebe es. Oh mein Gott, ihr wisst nicht, vorgestern am Abend, ich habe gesagt, oh mein Gott, ich habe so Glück, meine Nägel halten einfach immer noch. Wisst ihr, dass gestern abgebrochen ist? Mein Nagel. Schau mal, wie das aussieht. Wie sieht das aus? Egal. Ich glaube, ich gehe morgen einfach ins Nagelschulio und frage, ob die einen Nagel machen können. Wie viel kostet das? Kostet doch nicht viel, oder? Fünf Euro vielleicht. Ja Leute, jetzt benutze ich von Charlotte Tilbury den Kontostick. Aber ich würde es nicht so viel, weil, also ich mache nur so hier, hier so ein bisschen. Und hier, weil ich würde da so ein bisschen einfach Farbe hinhaben, wisst ihr, wie ich meine? Mal noch hier unten ein bisschen. Wenn ich das hier einfach... Oh, man hat so ein richtiges Drawlight. Oh mein Gott. Aber, was ich noch sagen wollte, zum Beispiel zu dem Charlotte Tilbury. Charlotte Filter, genau. Gibt es richtig gute Alternativen, zum Beispiel. Also ich würde jetzt nicht sagen Dukes, weil es sind schon andere Sachen und so. Aber es gibt richtig gute Alternativen. Zum Beispiel von Maybelline, glaube ich. Dieser große Dings, wo so dieses Poppel dran ist. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, das ist richtig gut. Aber ich empfehle euch nicht diesen von Catrice. Weil, also zum Beispiel, ich habe davon richtig unreine Haut bekommen und ein paar Freundinnen von mir auch. Und auf TikTok habe ich das auch oft gesehen. Deswegen, den empfehle ich euch nicht so. Aber dieser von Maybelline ist richtig krass. Davon kriegt ihr auch Glowy Make-up. Und Kontostick, Leute. Überall gibt es Kontouring. Okay, Daten. Auf jeden Fall benutze ich jetzt meinen Blush. Und zwar in der Farbe Hope. Von Rare Beauty. Die Farbe, ich liebe die. Die steht mir so gut, gell. Und ich packe das hier einfach so hin. Hier. Und hier ganz ein bisschen. Oh, weiß ich ein bisschen. Und dann, das war mal, ich habe zu Weihnachten dieses Pillow Talk Set bekommen. Und da war so ein Highlighter drin von Charlotte Tilbury. Aber der ist so ein bisschen, der hat so einen leichten rosa Stich. Und den benutzen wir jetzt, Leute. Weil dann glowen wir auch. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen goldrosa. Und das finde ich voll schön. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Die Kombi ist ja mega. Wie das klingt? Mega. Aber das sieht richtig schön aus. Und was ich auch gesehen habe. Und zwar. Ich habe normalerweise, mache ich meine Wimpern seit neuestem. Mache ich die wieder normal. Ohne welche zu kleben. Also Dashes. Aber ich habe gestern ein TikTok gesehen. Und ich will das unbedingt ausprobieren, meine Wimpern so zu machen. Wow, Leute. Das ist ein Sonntag. Ich mache nichts. Will euch einfach nur mein Make-up zeigen für den Frühling. Und heute muss mein Make-up super sein. Und heute kann ich nicht rausgehen. Weil mein Bruder kommt und so. Ich hasse sowas. So good Make-up Days. So verschwenden. Aber was ich gerade gar nicht fühle, sind dass meine Lippen so glänzen. Das machen wir mal kurz weg. Harte, die Vögel. Ich liebe das. So. Okay, meine Base ist jetzt erstmal finish. Deswegen. Boah, ich würde mir so gerne geben. Dieses Finish Powder von Charlotte Tilbury. Ich würde mir das so gerne holen. Weil ich glaube, das ist richtig gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt meine Augenbrauen. Ich benutze von River de Loup. Das hier. Diesen Augenbrauen. Oh, warte mal. Ich mache mir damit manchmal meine Edges. Das sieht so aus. So. Den von River de Loup. Diesen Brow Styler. Und den mache ich auf. Und nehme dieses fette Bürstchen hier raus. Das da. Und dann nehme ich von Got2Beat den hier. Okay. Und dann, ich brauche meinen kleinen Spiegel jetzt einfach kurz. Und dann nehme ich das und gehe da so rein ein bisschen. Weil das ist nicht so stark, wisst ihr? Ich meine. Und dann gehe ich einfach ganz leicht und schnell durch meine Augenbrauen. Um die so mäßig. Um so ganz bisschen in Form zu bringen. Ja. Okay. Passt. Und wirklich nicht übertreiben. Leute. Weil sonst wird euer Make-up außenrum Krusty. Ja. Okay. Irgendwie man sieht meine Augenbrauen. Und der kann man nur gerade nicht. Du weißt die Pies, wenn man blonde Haare hat. Fuckt mich richtig ab. Leute. Meine Augenbrauen sind einfach blond. Blond. Wo ist mein Pinsel? Ah, hier. Dann benutze ich von L'Oreal Paris diese Augenbrauenpomade hier. Die hier. Da war eigentlich oben so ein Pinsel drin. Der hier. Aber der ist einfach so kaputt bei mir angekommen. Und den kann ich jetzt nicht als Augenbrauenpinsel benutzen, weil das so komisch einfach ist. Und dann gehe ich einfach damit. Ich male damit nicht wirklich so meine Augenbrauen so stärker nach. Sondern ich mache einfach so, dass sie so ein bisschen voller aussehen und ein bisschen mehr Farbe haben. Gehe ich da so durch. Wisst ihr, wie ich meine? Wie viel Uhr ist es eigentlich? 13.53 Uhr. Okay. Was wetten wir? Mein Bruder ruft mich um 14 Uhr an und sagt, ja, bist du fertig mit deinem Video? Weil die wollten heute kommen. Und er hat einfach gesagt, wenn ich nicht fertig bin mit dem Video, kommt der nicht. Ich war so, komm halt einfach. Hä? Ich mache eh meine Make-up-Routine. Leute, meine Augenbrauen sind fast fertig. Ich mache es immer einfach so nach Gefühl. Wisst ihr, ich mache so ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich habe da gar keine richtige Taktik. Schaut mal, dann hat man einfach so ein... Die sehen noch Natur aus, wie ich sehe. Und dann immer hier so ein bisschen noch nachdenksen. Und dann, Leute, man hat richtig schöne Augenbrauen, finde ich. So natürlich halt einfach. Aber ich weiß nicht, ich bin manchmal ein bisschen süchtig und will dann weitermachen und meine Augenbrauen malen. Aber ich finde, es sieht schön aus. So, und dann benutzen wir Puder. Ich benutze jetzt das von Huda Beauty. Äh, Huda Beauty. Huda Beauty. Aber was richtig gute Puders... Puder? Richtig gute Puder sind. Zum Beispiel die von River Loves Me. Oder von Essence, dieses 24 Stunden Matz. Die sind richtig gut auf jeden Fall. Dann benutze ich so mein... Also Puder. Dann so ein Puder Puff. Dann gehe ich da so rein. Da ist jetzt erstmal so viel drauf mäßig. Und dann mache ich das hier so glattstreifen. Und dann mache ich hier unten Puder hin. Gehe wieder rein, ein bisschen glatt machen. Und hier oben. Da wohl diese Lachfalten und Pekel sind mäßig. Und ganz wichtig, hier unten, Leute. Oh mein Gott, meine Stimme. Hier unten. Seht ihr einfach dieses, wie schön glatt das aussieht. Ich liebe das. Hier wieder unten richtig gut. Und hier so ein bisschen. Aber niemals hier. Niemals an der Nase. Also ich liebe diesen süßen Glow einfach. Ein bisschen jetzt noch hier an der Stirb. Dieses Puder ist so krass, Leute. Ich glaube es nicht. Manchmal wirklich. Und dann hat man einfach so ein frisches Make-up. Wisst ihr, ich meine, das sieht immer noch so süß aus. Ich mache jetzt mal ein bisschen Puder. Hier so. Dann hat man so einen Natural Highlighter. Oha, hä? So. Jetzt machen wir meine Wimpern, würde ich sagen, oder? Und am Ende gehe ich nochmal mit so Puderprodukten und so ein bisschen drüber. Ich mache das immer. Also für meine Wimpern brauchen wir, weil immer richtig viele fragen, weil, Leute, ich klebe die nicht mehr. Wir brauchen für meine Wimpern von Catrice eine Wimpernzange. Am besten von Catrice, weil das sind die besten. Ich muss mich anders entsetzen. So. Dann brauchen wir von Action diese Wimpernzange. Passt aber auf, weil damit habe ich meine Wimpern mal abgerissen. Abgebrochen sind die. Ich habe geheult. Ich habe Loki geheult. Im Freibad. Vielleicht einmal brauchen wir von Maybelline diese Mascara hier in Wasserfest. Die ist krass. Also bei mir zumindest. Und dann brauchen wir von Catrice die Easy Wash of Glam and Doll. Die ist krass. Die ist krass. Die ist zwar nicht so leicht zum Abmachen, habe ich das Gefühl, aber ich packe ja auch immer noch die drüber. Deswegen weiß ich nicht. Aber die ist krass. Zum Beispiel Alayna hatte, also ich war bei ihr. Sie hatte eine Lieblingsmascara. Aber ich sehe sie hat sie abgeschlebt. Dann sie hat die hier ausprobiert. Und ihre Wimpern sahen so wow aus einfach. Und dann wollte sie sich die auch nachkaufen. Leute, die ist krass, okay? Und die ist nicht teuer. Ich glaube 2,5 Euro. Und das geht für so eine gute Mascara. Es gibt teurere. Leute, wenn ihr jetzt mal vergleicht. Die hier kostet fast 13 Euro. Und die kostet 3 Euro. Also, ja. So, und dann. Die nehmen erst mal von Catrice die Wimpernzange. Und versucht einfach mal, oh, oh, oh. Wisst ihr, was wir vergessen haben? Unterm Auge. So, oh nein, jetzt ist es passiert. Wir müssen hier noch Puder draufklatschen. Und dann packen wir da erstmal unsere Wimpern rein. Und biegen die so für eine halbe Minute. Einfach so ein bisschen. Ein bisschen biegen. So ein paar Sekunden. Und dann benutzen wir die von Action. Passt da aber gut auf. Weil. Die ist krass, Leute. Und die kann auch so Wimpern wirklich abbrechen. Also passt gut auf. So, dann drücken wir die so nach oben. Biegen kurz. Und raus. Und dann habt ihr. Also Leute, guckt mal meine Wimpern an. Okay, die sind oben. Dann benutze ich jetzt die erstmal. Die von Maybelline, die Mascara. Und gehe damit leicht erstmal drüber. So. Erstmal so, dass man noch nicht sieht, dass die so krass getuscht sind. Und dann benutze ich die hier. Und die hat halt so einen schönen Applikator. So, wisst ihr, wie ich mein? Schaut mal. Der ist so halb rund irgendwie. Und der ist einfach, einfach toll. Und da gehe ich jetzt drüber. Und Leute, eure Wimpern müssen noch nass sein. Von der anderen Mascara. Sonst wird das nix. Und dann hier vorne, ganz wichtig, auch tuschen. Sonst sieht es komisch aus. Denn dann habt ihr so einfach wirklich schön getuschte Wimpern. Seht ihr das? Und die sehen so lang aus. Wow. Ich liebe es. Wow. So, jetzt mache ich meine andere Seite. Und dann wieder. Und dann wieder. Die werden jetzt wieder besser wie die. Was wetten wir? Ich sehe das doch direkt schon. Ja, komm. Warum? Tell me why. Obwohl. Die sind eigentlich beide gut geworden. So, und dann nehmen wir unser Abschminktuch. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie ich, so Nägel habt und nicht so gut dahin kommt, Leute, dann nehmt euch, dann nehme ich hier diesen Pinsel. Da ist das, also einmal so einen dünnen Pinsel hinten. Da ist nichts dran. Sieht man das? Ja. Dann mache ich das hier so rum. Und dann gehe ich damit wirklich so hier unten hin und mache meine Mascara weg. Und das ist richtig gut. Hier genauso. Oh mein Gott, so meine Wimpern gut geworden. Wow. Schaut mal. Und ja, jetzt gehen wir nochmal mit den Puder-Produkten drüber. Hier. Hier mein Blush. Da gehe ich rein. Ich benutze von dem Barbie Blush von NYX. Ich kann es nicht so gut zeigen, weil, Leute, das Ding hier ist abgebrochen. Und dann benutze ich erstmal die Farbe und die hier. Ein bisschen so machen. Und dann gehe ich hier drüber. Ich benutze aber immer den mehr pinken und nicht dieses Peachfarben, ne? Weil ich weiß nicht. Steht mir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr ab. Ich liebe Blush. Ich könnte mich im Blush ertrinken. Im Winter war es Bronzer und jetzt ist es Blush. Und dann gehe ich mit genau demselben Pinsel, zum Beispiel, also mache ich jetzt so, in diesen Bronzer hier. Aber den benutze ich jetzt nicht noch für hier oben und so. Ich gehe da rein, tippe ab und mache das hier so ein bisschen noch hin. Mäßig wie Blush, nur so als Bronzer. Aber wisst ihr, wie ich meine? Auch so ein bisschen an meiner Nase. Einfach so Sunkist. Boah, das sieht gerade richtig süß aus, das Make-up, finde ich. Und dann benutze ich meinen Lieblings-Highlighter. Und zwar einmal den von Caprice und einmal den von Revolution. In pink ist das. Und der andere in der Farbe 010. Und dann benutze ich meinen Essence-Pinsel. Der hat so eine große und eine kleine Seite. Ich benutze erst die kleine. Und damit gehe ich von meinem Caprice-Highlighter hier so ein und mache meine Nase, dass die glitzert. Und dann benutze ich die große Seite und gehe hier so hin und mache ich das so hier hin. So. Dann so ein bisschen verblenden, dass nicht zu viel ist. Und jetzt meine Lippenkombi, Leute. Also ich weiß, es ist ein bisschen komisch jetzt, aber ich benutze als Lip-Liner so einen Augenbrauenstift. Das sieht jetzt komisch noch aus, aber Leute, da benutze ich so einen Benetint. Und dann benutze ich dieses Lip-Oil. Fat-Oil. Mit dem Augenbrauenstift. Ich mache das nicht so wie ich es denkt, so übertrieben, sondern... Warte, ich muss mir mal kurz meine Lippen verbrauchen. Ich benutze nicht so, dass es so braun aussieht, sondern... Warte, ich mache das hier so. Und dann natürlich, man hat so Schokolade, ne? Und dann benutze ich die Seite hier und verblende das. Und dann benutze ich den Benetint. Oh nein. Und dann das Lip-Oil. Und dann sieht man gar nicht her, so krass, wie es braun ist, wie ich rein. Und dann sieht man gar nicht her, so krass, wie es braun ist. Ich liebe die Lippen-Kommi. Ja, Leute, und das war es eigentlich. Das ist so. Also das wäre jetzt so, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich so im Sommer schminken würde. Weil Sommer ist ja noch was anderes. Ich glaube, da würde ich nur Lippen, Mascara und Highlighter machen. Und vielleicht ein bisschen Blush. Aber so für den Frühling wäre das jetzt, glaube ich, so mein Make-up-Look. So, nicht mehr so viel und so, dass man immer noch so die Haut halt sieht. Erstmal können wir mit meiner Wimpern reden, wie gut die geworden sind. Oh mein Gott. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch vielleicht so ein bisschen inspirieren mit dem Video, mit eurem Make-up und so. Wenn ja, dann ist es auf jeden Fall gerne am Donner-Undag, tut die Glocke und abonniert mich. Und ja, Leute, adios, amigos. Tschüss. Musik Sprech Musik 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 Bis zum nächsten Mal.